Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und liebe Community, herzlich willkommen zu diesem Video mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen in diesem besonderen Februar, der 29 Tage hat. Die Timecodes, wann euer Sternzeichen dran ist, setze ich unten in die Videobeschreibung, aber klickt da noch nicht hin. Jetzt habe ich nämlich noch eine Verlosung für euch und außerdem die Bekanntgabe der Gewinnerin aus dem Januar. Ich probiere jetzt im Februar etwas Neues aus und zwar gibt es diesmal kein extra Video für die kosmische Schwingung. Stattdessen habe ich die wichtigsten Konstellationen und kosmischen Schwingungen mit in das aktuelle Mondzyklus-Video hineingenommen und das ist auch schon online. Außerdem plane ich bei ganz wichtigen Konstellationen kürzere Extra-Clips als Video zu veröffentlichen. Ihr könnt mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie euch das so gefällt. Übrigens plane ich auch noch ein Special für euch zum Schaltjahr 2020, denn das ist ein guter Anlass, um über die Sternzeichenübergänge zu reden, um die es immer so viele Diskussionen gibt. Der Schalttag alle vier Jahre trägt dazu bei, dass die genauen Zeiten der Sternzeichenübergänge immer ein bisschen variieren und das werde ich euch dann bei der Gelegenheit mal ganz genau erklären. Das Special wird auf jeden Fall noch rechtzeitig vor dem 29. Februar online gehen. In der Verlosung möchte ich diesmal aus aktuellem Anlass eins meiner Lilith-Bücher verlosen. Und zwar habe ich noch eine original gebundene Hardcover-Ausgabe der ersten Auflage hier für euch mit persönlicher Widmung. Und der Anlass ist das nächste kosmische Großereignis, nämlich der Übergang von Lilith ins Zeichen Widder. Dazu habe ich euch ein ausführliches Video-Special vorbereitet. Was ich da erwarte, was da auf uns zukommt, wenn sich Lilith, Chiron und Maus im Widder treffen und was das für die zwölf Sternzeichen bedeutet. Das Special wird in den nächsten Tagen online gehen. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende des Videos im Service-Teil. In der Verlosung vom Januar hatte ich ja mein Astrologie-Buch mit der ausführlichen Deutung des Mondes im Horoskop verlost. Das heißt Geheimnisse der Astrologie. Und gewonnen hat Eva-Maria Spielmann. Herzlichen Glückwunsch, liebe Eva-Maria. Ich blende jetzt unten meine E-Mail-Adresse ein. Bitte schreib mir eine E-Mail mit deiner Postadresse, damit ich dir das Buch zusenden kann. Jetzt geht es gleich los mit den Horoskopen für die Sternzeichen. Aber vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Denkt daran, das sind kosmische Tendenzen für die Sternzeichen. Wenn ihr euch da nicht drin wiederfindet, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass in eurem Horoskop gerade andere Planeten oder Faktoren wichtige Einflüsse empfangen. Wenn ihr ein persönliches Anliegen habt, dann könnt ihr entweder eine Beratung bei mir buchen oder auch eins meiner PDF-Horoskope bestellen. Da erfahrt ihr auch mehr Details über die Planetenkräfte, die aktuell bei euch wirksam sind. Alle Infos über mein gesamtes Monatshoroskop-Angebot findet ihr auf meiner Homepage und die verlinke ich hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt starten wir mit den Monatshoroskopen für den Februar 2020 und wir beginnen mit den Wiedergeborenen. Hallo, ihr wunderbaren Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Ihr startet mit schwungvollen Konstellationen in den Februar. Allerdings sind für manche von euch Querelen in der Liebe angezeigt. Besonders wenn ihr einen empfindsamen Partner habt, wie zum Beispiel Fische oder Krebs, seid ihr diesem vielleicht Ende Januar auf den Schlips getreten. Dann ist wohl mal eine Entschuldigung fällig. Besser kommt ihr jetzt klar mit Schützen, Löwen, Wassermännern oder Wagen. Die Lilith ist nun Ende Januar in den Witter gewandert. Der Einfluss von Lilith macht kreativ und kratzbürstig. Das heißt, ihr wollt euren Impulsen folgen und seid in euren Beziehungen nicht unbedingt bereit, Kompromisse einzugehen und nachzugeben. Außerdem verbindet sich die Lilith über lange Wochen bis Mitte März hier mit dem Chiron. Das ist psychologisch durchaus ein herausfordernder Aspekt, denn er kann euch eure Schwachstellen bewusst machen und ihr könntet den Eindruck haben, dass ihr eure Probleme nur für euch alleine lösen könnt oder euch unverstanden fühlen. Am 7. Februar wandert die Venus in den Widder und trifft sich dann ebenfalls mit Lilith und Chiron. In den Tagen rund um den Vollmond am 9. Februar geht es dann wohl öfter mal um eure Beziehung mit euch selbst, wie sehr ihr euch mögt, was ihr euch wert seid und im nächsten Schritt natürlich auch, wie wichtig euch eure liebsten Menschen sind. Diese Aspekte wirken jetzt vor allem auf die Märzwidder, aber wenn ihr andere Positionen im Horoskop an dieser Stelle habt, spürt ihr das gegebenenfalls auch. Für alle Widder gilt, dass es natürlich sehr schön ist, wenn die Venus durch euer Zeichen wandert, denn ihr seid dann zugewandter und andere Menschen kommen auch mehr auf euch zu und dieser angenehme Zustand hält an bis zum 5. März. Insofern kann es durchaus viele Flirtsituationen für die Singles unter euch geben, denn ihr habt eine faszinierende Ausstrahlung, aber nicht immer könnt ihr das so richtig genießen, weil ihr eben auch sehr mit euch selbst beschäftigt seid. Wenn ihr fest liiert seid, weist euren Schatz nicht ab, wenn er sich erkundigt, was mit euch los ist. Denkt auf jeden Fall zum Valentinstag am 14. daran, euren Flirt oder Liebespartner mit einer Aufmerksamkeit zu erfreuen. Beruflich lässt sich der Monat gut an. Die Sonne im Wassermann stärkt euer Netzwerk. Denkt bei euren Entscheidungen und Vorhaben an euer Team bzw. an eure guten Business-Kontakte. Ihr findet jetzt Unterstützung von Leuten, die in die gleiche Richtung denken wie ihr. Ab Mitte des Monats werden die Konstellationen herausfordernder, denn am 16. geht der Mars in den Steinbock. Das intensiviert die Anstrengungen für euer Fortkommen, die ja sowieso schon langfristig bestehen, weil das Steinbock-Stellium mit Jupiter, Saturn und Pluto beim Widder-Kollektiv im Karrierehaus steht. Über diese besondere Konstellation erfahrt ihr übrigens mehr in meinem Video Zeichen der Zeitenwende. Schaut euch das doch auch nochmal dazu an. Wenn es gut läuft, könnt ihr mit dem Mars in den kommenden sechs Wochen erhebliche Fortschritte machen, die Initiative ergreifen und durch hervorragende Leistungen glänzen. Wenn es nicht so günstig läuft, reibt ihr euch in Machtkämpfen auf und es geht darum, wer wofür die Kompetenzen hat. Der Mars in Spannung zu eurer Sonne kann euch tendenziell gereizt machen. Achtet darauf, dass ihr euch an die Regeln haltet und lasst euch nicht provozieren, wütend zu werden, sonst riskiert ihr Rückschläge. Außerdem wird am 17. Februar der Merkur rückläufig. Das kann zu den üblichen Missverständnissen und Fehleinschätzungen führen, was eventuell auch berufliche Situationen zusätzlich kompliziert macht. Möglich auch, dass jemand hinter eurem Rücken gegen euch intrigiert, das müsst ihr auch im Auge behalten. Darüber könnt ihr vielleicht mehr zum Neumond am 23. Februar herausfinden. Er findet in den Fischen statt und ihr könnt ihn nutzen, um nach innen zu lauschen und euch Gedanken über Dinge zu machen, die euch mysteriös und geheimnisvoll erscheinen. Achtet dann auch auf eure Träume, da können wichtige Botschaften für euch drin versteckt sein. Für spirituelle Widder ist das ein toller Neumond, um sich mit den Kräften der geistigen Welt zu verbinden. Finanziell bewegt ihr im Februar möglicherweise größere Geldsummen, aber die Sterne raten euch davon ab, Kredite aufzunehmen, zumindest nicht im Alleingang und ohne Absprache mit Leuten, die das ebenfalls betrifft. Die Venus zeigt große Erwartungen an, die sich nicht unbedingt erfüllen. Die Sterne empfehlen daher, dass ihr am besten mit größeren Finanzaktionen abwartet. Bis nach dem 10. März, dann seht ihr wieder klarer. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Für euch überwiegen die günstigen kosmischen Einflüsse im Februar. Die Sonne im Wassermann aktiviert beim Stierkollektiv das Karrierehaus. Das heißt, viele von euch packen tüchtig an, um voranzukommen. Gleichzeitig habt ihr aber auch ganz tolle Reisesterne. Falls euch also im Februar das Fernweh überkommt, nur zu. Eure Freundschaften und Businessbeziehungen erhalten besonders in der ersten Februarwoche sehr günstige Tendenzen. Wenn es da etwas einzufädeln gibt oder ihr ein Treffen mit wichtigen Leuten vorhabt, solltet ihr das in die Zeit bis zum 7. Februar legen. Danach wandert die Venus in den Widder. Das ist beim Stierkollektiv das versteckte 12. Haus. Es kann dann sein, dass Liebesangelegenheiten etwas in den Hintergrund treten. Wenn ihr Single seid, können neue Affären etwas Heimliches an sich haben oder sie finden zunächst nur innerlich statt. Das würde sich dann nach dem 5. März ändern, wenn die Venus in den Stier weiterzieht. Falls ihr Planeten oder den Aszendenten im Widder habt, dann würden die natürlich auch jetzt im Februar durch die Venus aktiviert werden. Das lässt sich aber nur aus eurem individuellen Geburtshoroskop ablesen. Der Vollmond am 9. Februar beleuchtet bei euch die Themen Beruf und Familie. Wie bekommt ihr beides unter einen Hut? Das kann für so manchen Stier ein wichtiges Thema werden, denn ihr habt viel vor. Diejenigen von euch, die spirituell arbeiten, könnten den Vollmond gut für ein Ritual nutzen, denn Lilith, Venus und Chiron treffen sich bei euch im Bereich der Spiritualität und wecken starke Kräfte für Rituale, besonders wenn ihr mit schamanischen Techniken arbeitet. Zu Valentinstag am 14. Februar habt ihr eine schöne Liebeskonstellation. Da dürft ihr euch auf eine originelle Aufmerksamkeit freuen oder ihr habt selber eine gute Idee, wie ihr euren Schatz überraschen könnt. Auf jeden Fall solltet ihr euch am Wochenende darauf Zeit für die Liebe nehmen. Und wenn ihr keine Liebespartner habt, werkelt ihr wahrscheinlich still vergnügt an einem aktuellen Herzensprojekt. Ihr profitiert auf jeden Fall von einem wunderbar positiven Aspekt mit Glücksplanet Jupiter, der euch inspiriert und gleichzeitig helfen euch Saturn und Pluto beim Manifestieren. Falls es bei den fest liierten Stiern in den vergangenen Wochen zu Spannungen oder Auseinandersetzungen gekommen ist oder sich Aufregungen um den Partner ergeben haben, sollte sich das ab dem 16. Februar wieder beruhigen, wenn der Mars in den Steinbock geht. Dann könnt ihr euch auf sechs produktive Wochen freuen, in denen ihr mit euren Plänen ein gutes Stück vorankommen werdet. Wermutstropfen ist, dass der Merkur am 17. rückläufig wird und zwar bei euch im Bereich des beruflichen Teams bzw. der persönlichen Freunde. Es kann dann in den kommenden drei Wochen zu Missverständnissen kommen oder Leute ziehen sich aus einem Projekt wieder zurück oder zugesagte Hilfe bleibt aus. Das sollte euch aber nur vorübergehend bremsen, denn insgesamt bleiben eure Sterne stark und ihr habt viel kosmischen Rückenwind und findet wahrscheinlich schnell eine Lösung für das Problem. Am 19. Februar geht die Sonne in die Fische und bildet dann für den Rest des Monats zusammen mit Mars super günstige Aspekte zu Uranus und zu eurem Zeichen. Seht ihr hier. Und besonders für die Aprilstiere ist das enorm inspirierend und manche von euch haben wahrscheinlich einen regelrechten Höhenflug. Eingebunden in diese tolle Konstellation ist auch der Neumond vom 23. Februar. Er aktiviert eure Freundschaften, euer Netzwerk und Gruppenaktivitäten und schenkt euch Erkenntnisse darüber, wie viel ihr gemeinsam mit Gleichgesinnten erreichen könnt. Aber behaltet eure Geistesblitze und Erkenntnisse gegebenenfalls noch für euch oder tauscht euch nur mit Vertrauten und Eingeweihten aus, bis der Merkur am 10. März wieder direktläufig wird. Insgesamt bleiben die kosmischen Einflüsse für euer Sternzeichen bis zum Monatsende positiv und harmonisch. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Ascendenten. Ihr seid wahrscheinlich produktiv und voller Pläne, denn der Mars im Schützen regt euch stark an. Es kann sein, dass ihr euch gegen Ende Januar mit manchen Plänen etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt habt, dann könnt ihr das bis Mitte Februar noch korrigieren und gegebenenfalls an realistischere Vorgaben anpassen. Achtet dabei auch auf Leute, die mit euch an einem Strang ziehen und die ihr dafür gewinnen wollt, eure Ideen zu unterstützen. Ab dem 7. Februar wandert die Venus durch den Widder und bildet günstige Aspekte, die euer Netzwerk stärken und bei Singles auch die Flirtchancen anregen. Besonders rund um den Vollmond am 9. Februar zeigen die Sterne prickelnde Gelegenheiten zum Anbandeln. In eurem Freundschaftshaus stehen nun auch Lilith und Chiron zusammen und sie zeigen, dass sich ziemlich ungewöhnliche Leute für euch interessieren oder dass ihr beruflich mit Randgruppen zu tun habt und dabei spannende Leute trefft. Vielleicht wollt ihr euch auch politisch engagieren, zum Beispiel für Umwelt- oder Frauenthemen. Auch dadurch kann sich euer Freundeskreis um interessante Leute erweitern. Ab dem 16. Februar geht der Mars durch den Steinbock und aktiviert dann in den kommenden sechs Wochen das Steinbock-Stellium, das bei euch im 8. Haus der gemeinsamen Finanzen und Besitztümer steht. Das kann Auseinandersetzungen um Erbschaften oder Sorgerecht oder eine Scheidung anzeigen, die bis Ende März besonders umkämpft sind. Weil am 17. euer Herrscher Merkur rückläufig wird, raten euch die Sterne auf Zeit zu spielen und anstehende Auseinandersetzungen zu vertagen, möglichst wenigstens bis nach dem 10. März, wenn der Merkur wieder direktläufig wird. Das kann übrigens auch ein Aspekt für eine Steuerprüfung sein. Falls ihr also noch eine Steuererklärung abgeben müsst, solltet ihr die möglichst noch vor dem 17. Februar einreichen oder sonst Aufschub bis nach dem 10. März beantragen. Besonders diejenigen unter euch, die unter dem Einfluss von Neptun stehen, das betrifft die zweite Dekade eures Sternzeichens, die müssen nun vorsichtig sein, dass sie nicht über den Tisch gezogen werden und auch dafür sorgen, dass sie selbst ihre Dokumente glasklar in Ordnung haben. Am 19. Februar geht die Sonne in die Fische und aktiviert beim Zwillinge-Kollektiv den Karrierebereich. In den kommenden vier Wochen müsst ihr wahrscheinlich die eine oder andere wichtige Entscheidung treffen. In diesem Bereich fällt auch der Neumond vom 23. Februar. Der kann euch Inspirationen zu eurem beruflichen Werdegang schenken. Mit dem rückläufigen Merkur dabei stellt ihr vielleicht die eine oder andere Entwicklung in Frage und erkennt gegebenenfalls auch, ob ihr wirklich eurer wahren Berufung folgt. Darüber könntet ihr zum Beispiel in der Neumond-Meditation nachdenken. Auch falls wichtige finanzielle Entscheidungen anstehen, die ihr gemeinsam mit Lebenspartnern oder Finanzpartnern treffen müsst, kann euch dieser Neumond wertvolle Impulse dafür geben und ihr findet eventuell nochmal einen neuen Ansatz für die Angelegenheit. Bewegt diese Gedanken und Erkenntnisse in eurem Herzen und wartet mit wichtigen Entscheidungen möglichst noch ab, bis der Merkur am 10. März wieder direktläufig wird. Finanziell solltet ihr in der letzten Februarwoche besonders vorsichtig sein, beim Hantieren mit größeren Summen. Festliierte sollten dann keine größeren Anschaffungen tätigen, ohne sich mit dem Partner abzusprechen. Vielleicht müsst ihr euch dann auch mit einer Forderung vom Finanzamt oder einem Ex-Partner auseinandersetzen. Für eure Beziehungen, egal ob in der Liebe oder in Freundschaften, gilt dann, dass ihr keine zu hohen Erwartungshaltungen hegen solltet. Dann kann es auch nicht zu einer Enttäuschung kommen. Hallo, ihr feinfühligen Krebsgeborenen und Krebs-Ascendenten. Die Einflüsse für euer Sternzeichen sind vielversprechend, besonders in der Liebe, aber manchen von euch wird auch einiges abverlangt. Bis zum 7. Februar steht die Venus wunderbar für die Liebe, vor allem wenn ihr unterwegs seid, beruflich oder auf einer privaten Reise. Danach geht sie in den Widder und damit beim Krebskollektiv ins Karrierehaus. Dort aktiviert sie bis Mitte des Monats Chiron und Lilith und das sind anspruchsvolle Einflüsse, besonders für die Junikrebse. Sie zeigen Situationen, in denen ihr Stärke und persönliche Integrität beweisen müsst, zum Beispiel in Meetings mit schwierigen Vorgesetzten. Lilith kann auch ein Hinweis auf eine schwierige Chefin oder Konkurrentin sein. Und Chiron kann schmerzliche Situationen anzeigen, die euch unter die Haut gehen, etwa weil man euch kritisiert oder euch etwas nicht zutraut. Versucht trotzdem, es nicht persönlich zu nehmen, denn die betreffenden Personen haben wahrscheinlich selbst ihre Probleme und geben diese nur nach außen ab. Die Venus hilft euch dabei, diplomatisch und lösungsorientiert vorzugehen. Diese Konstellation kann übrigens auch auf eine heikle Liebessituation mit einem Kollegen oder Vorgesetzten hinweisen. Ich würde euch raten, in allen diesen Angelegenheiten gefasst zu bleiben und euch nicht zu Gefühlsausbrüchen hinreißen zu lassen. Wie gut, dass der Vollmond am 9. Februar auf einen Sonntag fällt. Die Mondenergien reißen euch Krebsseher immer sehr mit und dann habt ihr das Wochenende, um euch etwas Gutes zu tun und Zeit mit Leuten zu verbringen, die ihr wirklich mögt. Ist auch ein schönes Wochenende für Festliierte, um etwas mit dem Partner zu unternehmen. Zu Valentinstag am 14. Februar bekommt ihr einen kosmischen Romantikaspekt, falls ihr Verehrer habt, werden die sich bestimmt was für euch einfallen lassen. Ab dem 16. wird der Mars für sechs Wochen durch den Steinbock gehen und das Steinbock-Stellium bei euch im Partnerhaus aktivieren. Das kann sowohl den Beginn einer herzzerreißenden neuen Liebe mit sich bringen, als auch das Wiederauftauchen von jemandem aus eurer Vergangenheit, der euch erneut den Kopf verdreht. Womöglich ist es sogar jemand, den ihr auf beruflichem Wege trefft oder wieder trefft. Auch ein alter Beziehungskonflikt kann dann nochmal neu belebt werden. Eure Gefühlslage ist nicht die stabilste. Es kann euch passieren, dass ihr euch zwischen Mitte Februar und Ende März schnell persönlich angegriffen fühlt. Auch dann, wenn andere es vielleicht gar nicht so meinen. Am 17. Februar wird der Merkur rückläufig, deswegen kann es dann zu Missverständnissen und Planänderungen kommen. Aber wenn ihr ein bisschen auf Zeit spielt und euch freundlich und konsequent verhaltet, werden solche Situationen euch im Endeffekt nicht schaden. Das Wichtigste ist, dass ihr wisst, was ihr wollt und dass ihr euch nicht durch andere und deren Wünsche und Vorstellungen von euren Zielen abbringen lasst. Für die Singles unter euch kann sich tatsächlich eine ernsthafte Liebe anbahnen. Aber haltet den Ball noch flach, denn die Liebesplaneten stehen bis Monatsende leidenschaftlich, aber schwierig. Am 19. Februar geht die Sonne in die Fische und steht dann für vier Wochen sehr günstig für euch. Dort findet auch der Neumond am 23. Februar statt und all das aktiviert eure Pläne und auch eure Reiselust. Es ist ein guter Neumond, um nach innen zu lauschen und über eure persönlichen Ziele nachzudenken. Auch darüber, was euch für eure Partnerschaft wichtig ist und welche Konsequenzen ihr aus der Vergangenheit ziehen wollt. Oder ihr könnt auch gut über euren Wunschpartner meditieren. Die letzte Woche des Monats kann nochmal Spannungen bringen zwischen euren eigenen Zielen und euren partnerschaftlichen Idealen. Das scheint irgendwie nicht ganz zusammenzupassen. Vielleicht sind die Erwartungshaltungen auf beiden Seiten auch einfach zu hoch. Trefft auf jeden Fall keine endgültigen Entscheidungen, sondern wartet ab bis zum 10. März, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Dann seht ihr vieles entspannter. Hallo, ihr stolzen Löwen und Löwe-Ascendenten. Es gibt viel zu tun für euch im Februar. Der Mars im Schützen verleiht euch in den ersten beiden Wochen noch viel Schwung. Das solltet ihr ausnutzen. Gleich in der ersten Woche habt ihr gute Aspekte für Finanzverhandlungen. Da kann es zu einer überraschenden und positiven Lösung kommen. Für sportliche Aktivitäten stehen die Sterne noch bis Mitte Februar besonders gut. Eure Liebesbeziehungen erhalten ab dem siebten Auftrieb, wenn die Venus in den Widder wechselt und dann günstige Aspekte zur Löwesonne bildet. Aktuell steht die Sonne ja im Sternzeichen Wassermann und das aktiviert euer Partnerhaus. Eine günstige Flirtkonstellation für Sololöwen. Der Vollmond am 9. Februar passiert auf eurer Partnerschaftsachse. Das kann ein prickelndes Wochenende für euch werden. Falls ihr nicht schlafen könnt, fällt euch bestimmt etwas anderes Gutes ein, was ihr mit den Nachtstunden anfangen könnt. Weil ihr kreativ und lustvoll seid, solltet ihr euch zum Valentinstag am 14. etwas Nettes für euren Liebes- oder Flirtpartner einfallen lassen. Und wenn da gerade niemand ist, dann kommt trotzdem keine Langeweile auf, denn der Job ruft. Das Steinbock-Stellium steht ja bei euch im Haus der Arbeit und ab dem 16. Februar wird es zusätzlich von Mars aktiviert, der bis Ende März jede Menge Energie in eurer Arbeitsumfeld bringt. Ob das nun positiv ist oder ein bisschen nervig, hängt natürlich von eurer Ausgangssituation ab. Der Mars kann übereifrige Kollegen anzeigen und weil er im Steinbock steht auch störrische Typen, die nicht recht mitziehen wollen. Aber wenn ihr Überzeugungsarbeit leistet, könnt ihr im Team gute Ergebnisse erzielen. Ihr habt ja langfristig durch das Steinbock-Stellium die Aufgabe, Abläufe zu optimieren. Und der Uranus in eurem Karrierehaus zeigt an, dass ihr euch dabei auch auf neue Aufgaben einstellen müsst. Das könnte in der zweiten Februarhälfte ziemlich gut gelingen. Deswegen verliert nicht die Geduld, wenn sich die Leute anfangs stur zeigen. Es kann übrigens auch sein, dass Kollegen aus eurer Vergangenheit dabei eine Rolle spielen. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die hat einen Löwe-Ascendenten und deswegen das Steinbock-Stellium in ihrem sechsten Haus. Sie konnte in ihrer Firma aufsteigen, bekam aber eine andere Führungsaufgabe zugewiesen, als sie ursprünglich wollte. Nun wird sie ein neues Team führen und sieht dabei direkt einigen Optimierungsbedarf. So oder so ähnlich könnte es sich eben auch für euch ergeben. Vom 17. Februar bis zum 10. März kommt verschärfend dazu, dass der Merkur rückläufig wird. Das kann natürlich die Kommunikation im Team beeinträchtigen und für Missverständnisse sorgen. Das könnte bei euch jetzt im Februar vor allem finanzielle Besprechungen betreffen. Achtet da bitte gründlich aufs Kleingedruckte und haltet alle Vereinbarungen schriftlich fest. Am besten wäre es natürlich, wichtige Entscheidungen und Verträge auf die Zeit nach dem 10. März zu verschieben. Der Mars im sechsten Haus kann für euch auch gesundheitlich ein Thema werden, vor allem bei Zipperleien, die ihr in der Vergangenheit verschleppt hattet. Die können jetzt nochmal aufflammen und dann wird es Zeit, sie gründlich auszukurieren. Es könnte auch was mit dem Rücken sein und dann ist Physiotherapie angesagt. Bis Ende März müsst ihr besonders gut auf eure Gesundheit achten. Am 19. Februar geht die Sonne in die Fische und aktiviert den Bereich eurer finanziellen Absprachen, auch in festen Partnerschaften. Und da findet am 23. auch der Neumond statt. Das kann ein guter Impuls sein, um eure bestehenden Verträge in den kommenden Wochen nochmal neu zu bewerten und eventuell zu schauen, was ihr davon gar nicht mehr braucht. Auch geplante Anschaffungen mit eurem festen Partner werden vielleicht nochmal in Frage gestellt und es lohnt sich, gemeinsam zu überlegen, ob ihr wirklich noch dahinter steht. In der letzten Februarwoche erfahren festliierte Löwen viel Unterstützung durch ihren Schatz bei der Organisation, sei es im Job oder zu Hause und Single Löwen können jemand Interessantes auf einer privaten oder beruflichen Reise oder Fortbildung kennenlernen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Der Januar klang ja aus mit einigen ziemlich heißen Partnerschaftskonstellationen und es prickelt nun immer noch. Außerdem scheint es auch einige Spannungen bei euch zu Hause zu geben. Das ist dann aber ab Mitte des Monats vorbei. Deswegen solltet ihr im Moment noch bei allen ungeklärten Situationen mit ganz viel Fingerspitzengefühl vorgehen und euch gegebenenfalls bedeckt halten, jedenfalls bis zur Monatsmitte. Bis zum 7. Februar habt ihr noch sehr schöne Flirtimpulse dank Venus und falls es bei einem neuen Flirt Unsicherheiten oder Geheimniskrämerei gegeben hat, könnt ihr da jetzt mehr drüber herausfinden. Am 7. Februar geht die Venus dann in den Widder und aktiviert den Bereich eurer Verbindlichkeiten, festen Partnerschaften und finanziellen Absprachen. Da kann es bis zur Monatsmitte einige Unruhe geben. Vielleicht kommt dann eine Sache zur Sprache, die nicht so angenehm für euch ist. Aber wenn ihr euch dem stellt, kann das auch zu einer Heilung dieses Problems führen. Beruflich habt ihr einige Energie und kommt gut voran, sodass manche von euch wahrscheinlich ganz happy sind, wenn sie im Büro sein und eventuellen Familienstress aus dem Weg gehen können. Der Vollmond am 9. Februar ist besonders schön für spirituelle Jungfrauen. Falls ihr an ein Vollmondritual denkt, wird es euch gelingen, günstige Kräfte der geistigen Welt zu aktivieren. Zum Valentinstag am 14. Februar stehen eure Sterne sehr romantisch, vor allem für neue Verehrer. Ab dem 16. Februar geht der Mars für sechs Wochen durch den Steinbock und das ist eine gute Nachricht für euch. Der Energieplanet versorgt euch dann mit kraftvollen und aufbauenden Impulsen und dürfte auch euer Selbstbewusstsein für eure jeweiligen Herzensprojekte stärken. Wermutstropfen ist das Tagsdrauf der Merkur in den Fischen rückläufig wird und das ist beim Jungfraukollektiv im Partnerhaus. Das kann für Konfusion sorgen. Ihr habt dann mit Leuten zu tun, die ein bisschen undurchschaubar sind oder sich als unzuverlässig erweisen. Vielleicht entstehen auch einfach Missverständnisse, weil in einem Gespräch jeder eine andere Vorstellung von einer Sache hat. Auf jeden Fall tut ihr gut daran, in den kommenden drei Wochen Entscheidungen und Vereinbarungen schriftlich festzuhalten und euch bestätigen zu lassen, dass ihr richtig verstanden wurdet. Das müsst ihr berücksichtigen. Abgesehen davon dürftet ihr in den kommenden Wochen einen sehr guten Lauf haben und eure Vorhaben mit viel Schwung voranbringen können. Wenn Sachen irgendwo stecken bleiben, dann wahrscheinlich deshalb, weil ihr noch nicht alle Informationen habt oder weil Beteiligte ihre Meinung nochmal ändern. Das bessert sich dann aber nach dem 10. März, wenn der Merkur wieder direktläufig wird. Am 19. Februar geht die Sonne dieses Jahr in die Fische und aktiviert dann für vier Wochen euer Partnerhaus. Das ist immer erfreulich und begünstigt Begegnungen und gesellige Anlässe und natürlich auch eure Lust am Flirt. Aber wie gesagt, bis zum 10. März sind dann noch Missverständnisse möglich, auch dahingehend, dass ihr vielleicht einen festen Partner habt, der den Eindruck gewinnt, dass ihr fremd flirtet, auch wenn dem gar nicht so ist. Zeigt eurem Schatz im Zweifelsfalle ganz deutlich, dass ihr zu eurer Beziehung steht. Der Neumond am 23. Februar fällt ebenfalls in euer Partnerhaus und schenkt euch Inspirationen darüber, was ihr euch von eurem Partner wirklich wünscht. Dabei könntet ihr erkennen, dass ihr in Wirklichkeit vielleicht noch ganz andere oder geheime oder neue Wünsche habt, als ihr euch bisher eingestehen wolltet. Und wenn ihr noch Single seid, ist das ein toller Neumond für eine Wunschpartnermeditation. Aber achtet genau darauf, wie ihr eure Wünsche formuliert. Partnerschaften und Liebesthemen bleiben auch für den Rest des Monats für euch in den Sternen großgeschrieben. Der Neumond kann euch sogar eine neue Liebe schenken. Trotzdem solltet ihr ein bisschen reserviert bleiben, solange der Merkur noch rückläufig ist. Ab dem 10. März kommt dann eine wunderbar rosige Phase auf euch zu. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vageaszendenten. In der ersten Monatshälfte seid ihr sehr inspiriert und könnt eure Ideen überzeugend vertreten. Wichtige berufliche Projekte entwickeln sich deshalb besonders gut und es macht auch noch Spaß. Falls ihr mit Problemen aufgrund von Finanzplänen oder Budgetfragen in den Monat gestartet seid, sollten die sich nun lösen lassen. Am 7. Februar geht die Venus in den Widder und wandert dann für drei Wochen durch euer Partnerhaus. Das ist besonders schön für gesellige Gelegenheiten und Meetings und es ist auch ein guter Flirt-Aspekt, falls ihr noch auf der Suche seid. Allerdings bildet die Venus dabei einige schwierige Aspekte, deshalb könnt ihr möglicherweise diesen Transit nicht ganz ungetrübt genießen, vor allem weil euch viele andere Verpflichtungen beschäftigen. Das Wochenende mit dem Vollmond am 9. Februar sieht aber noch sehr harmonisch aus. Wenn möglich solltet ihr euch dann Zeit nehmen für euren Liebespartner bzw. Mitmenschen, die euch wichtig sind, etwas schönes unternehmen. Die Lilith ist Ende Januar in den Widder gewandert und zieht nun für neun Monate durch euer Partnerhaus. Das bedeutet, ihr seid in Beziehungsangelegenheiten weniger kompromissbereit als sonst bzw. ihr begegnet Leuten, die eure Geduld herausfordern und euch an die Grenzen eurer normalerweise friedliebenden Haltung bringen können. Dadurch denkt ihr wahrscheinlich auch viel über euch selbst und eure Einstellung zur Liebe nach. Die Lilith trifft sich dabei bis Ende März mit Chiron, der ebenfalls in eurem Partnerhaus steht. Deshalb erwarten euch nun einige Wochen, in denen Partnerschaftsthemen unter die Haut gehen können, besonders wenn ihr im September Geburtstag habt. Zum Beispiel könntet ihr euch kritisiert oder unverstanden oder sogar verletzt fühlen von jemandem, der euch wichtig ist, auch wenn die Person es gar nicht böse meint. Ab dem 16. Februar geht der Mars für sechs Wochen durch den Steinbock und bildet dann harte Aspekte zu eurem Sternzeichen. Während dieser Zeit müsst ihr darauf achten, dass der Haussegen nicht in Schieflage gerät. Der Mars aktiviert dann das Steinbockstellium und das alles passiert bei euch beim Waagekollektiv im Bereich des Heims und der Familie. Vielleicht habt ihr ein Renovierungsvorhaben oder habt Handwerker im Haus oder Familienmitglieder beanspruchen Aufmerksamkeit und haben Aktivitäten vor, die sich mit euren eigenen Plänen durchkreuzen. Das kann aber durchaus eine gute Zeit sein, ein Vorhaben in eurem Heim oder mit eurer Familie, was ihr schon länger vor euch hergeschoben hattet, nun in Angriff zu nehmen. Wichtig ist halt, dass sich alle gut absprechen und dass jeder Aufgaben übernimmt. Die Krux dabei ist, dass der Merkur tags darauf rückläufig wird und dann kann es für die kommenden drei Wochen öfter mal zu Missverständnissen kommen. Auch in eurem Job können Abläufe sich verlangsamen oder Informationen fehlen. Und dabei fühlt ihr euch womöglich von Menschen, die euch eigentlich bloß helfen wollen, auch noch auf den Schlips getreten. Da gibt es nur eins, geduldig und freundlich bleiben und die guten Absichten der Leute wertschätzen und alles nochmal sortieren. Wie gesagt, mit diesem Mars kann der Monat produktiv werden, wenn ihr euch nicht aus der Ruhe bringen lasst und die Beteiligten gut managt. Wenn ihr fest liiert seid, fragt euren Schatz um Rat. Der scheint gute Ideen zu haben und hilft euch gerne. Am 19. Februar geht die Sonne in die Fische und aktiviert dann für vier Wochen den Jobbereich und die Heileachse eures Horoskops. Und dort findet auch der Neumond vom 23. Februar statt. Das ist ein sehr inspirierender Neumond. Besonders vagegeborene, die in heilenden und helfenden Berufen arbeiten, bekommen wichtige Impulse für ihre Vorgehensweise. Auch wenn ihr jemanden in der Familie habt, der Hilfe braucht, beginnt nun ein guter Mondzyklus, um zum Beispiel eine neue Heilmethode anzuwenden. Ganz generell könnt ihr zu diesem Neumond über eure physische und seelische Gesundheit nachdenken und gegebenenfalls auch, wie ihr die Abläufe in eurem Job so organisieren könnt, dass es euch damit gut geht. Gegen Ende des Monats solltet ihr eure Erwartungen bei einem Flirt nicht zu hoch schrauben, sonst könnten sie enttäuscht werden. Wenn ihr fest liiert seid, dürft ihr euch auf eine schöne Überraschung freuen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Der Monat startet lust- und liebevoll. Besonders in den ersten sieben Tagen habt ihr schöne Konstellationen, um euch erotisch oder kreativ zu betätigen oder beides. Und ihr seid auch nicht einsam. Entweder es gibt Aktivitäten mit Familienmitgliedern oder Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt oder Besuch meldet sich bei euch. Für die Oktober-Skorpione bleibt es in der Liebe langfristig spannend, denn sie stehen unter dem Einfluss von Uranus, der neue Flirts und das Kennenlernen neuer spannender Leute begünstigt. Und die Festliierten sind aufgefordert, gemeinsam mit dem Partner neue Wege zu gehen. Am 7. Februar geht die Venus in den Widder. Das ist beim Skorpion-Kollektiv der Bereich des Jobs und der Gesundheit, wo auch schon Chiron und Lilith stehen. Nun wird die Aufmerksamkeit stärker auf berufliche Abläufe gelenkt. Falls ihr ein Gesundheitsthema habt, könnt ihr die Zeit bis zur Monatsmitte nutzen, um einen Termin bei einem guten Heiler oder Arzt eures Vertrauens zu ergattern. Die erste Monatshälfte ist außerdem finanziell ergiebig für euch. Falls ihr Außenstände habt, werden diese nun überwiesen. Und falls ihr selbst noch irgendwo Schulden hattet, könnt ihr die jetzt bereinigen. Wundert euch nicht, wenn ihr an dem Wochenende mit dem Vollmond am 9. Februar nicht so recht schlafen könnt, weil euch so viel im Kopf herum geht. Denn der aktuelle Mondzyklus aktiviert den Einfluss von Uranus auf euch. Entweder in eurem Leben sind bereits wichtige Änderungen im Gange oder ihr ahnt, dass da bald etwas auf euch zukommt. Sprecht doch mit euren Lieben darüber, was euch bewegt. Gerade in den Tagen nach dem Vollmond stehen die Sterne gut dafür. Zum Valentinstag am 14. Februar habt ihr schöne Romantiksterne mit einem Hauch Überraschung und Abenteuer. Da lässt sich vielleicht jemand was für euch einfallen. Am 16. Februar wechselt der Mars in den Steinbock und bildet dann für sechs Wochen günstige Aspekte für euch. Euer Scharfsinn und Urteilsvermögen werden dadurch gestärkt und ihr habt eine sehr gute Einschätzung für eure zukünftigen Vorhaben und erkennt auch das Potenzial von neuen interessanten Kontakten, die ihr jetzt kennenlernt. Tags darauf wird allerdings der Merkur rückläufig und deswegen raten die Sterne, neue Vorhaben, die ihr jetzt entwickelt und plant, noch für drei Wochen zur Prüfung zurückzuhalten, bevor ihr sie in die Tat umsetzt. Eventuell fehlen euch noch wichtige Informationen oder jemand ändert nochmal seine Meinung. Es kann aber auch sehr gut sein, dass ihr anderen dabei helft, sich zu sortieren und Missverständnisse zu vermeiden. Beruflich solltet ihr damit rechnen, dass ihr in der zweiten Monatshälfte mit Kollegen zu tun habt, die ein bisschen schwierig sind und sich nicht so ohne weiteres an Vorgaben halten oder auf andere Weise Arbeitsabläufe durcheinander bringen. Ihr scheint diejenigen zu sein, die durchblicken. Trotzdem können sich andere sturstellen, indem sie zum Beispiel so tun, als hätten sie euch nicht verstanden. Da helfen nur Geduld und Diplomatie, das bessert sich im März wieder. Am 19. Februar geht die Sonne in die Fische und steht dann vier Wochen günstig für eure Lebensfreude und Liebeslust und dort findet auch der Neumond vom 23. Februar statt. Er eignet sich gut, um über eure Herzensprojekte nachzudenken. Wenn ihr beruflich oder im Hobby etwas Kreatives macht, könnt ihr zu diesem Neumond ein schönes neues Projekt beginnen und wenn ihr nach innen lauscht, erhaltet ihr wunderbare Inspirationen. Es kann aber ratsam sein, zunächst noch nicht darüber zu sprechen, bis der Merkur am 10. März wieder direktläufig wird. Beruflich seid ihr noch bis zum Monatsende gefordert, euch geduldig mit euren Kollegen abzustimmen. Aber eure gute Laune dürfte darunter nicht allzu sehr leiden, denn die Aspekte für euer Sternzeichen, also fürs Herz, sind durchweg günstig und harmonisch. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Der Mars im Schützen verleiht euch noch zwei weitere Wochen Schwung und Antrieb für eure Projekte und er befindet sich jetzt in der dritten Dekade des Schützezeichens. Im Januar gab es einige Spannungen mit dem Kampfplaneten und falls ihr jemanden auf den Schlips getreten seid, vielleicht einem Flirtpartner, dann lässt sich das bald in Ordnung bringen. Am besten ist dafür die Woche nach dem 7. Februar geeignet, denn dann bildet die Venus vorteilhafte Aspekte, um sich mit netten Leuten zu treffen oder gegebenenfalls auch auszusprechen. Übrigens zeigen die Planeten für die Schützen der ersten Dekade auch die Möglichkeit einer außergewöhnlichen Liebesaffäre oder einer besonderen kreativen Eingebung an. Und ein solches Erlebnis könnte auch eine heilende Qualität entfalten. Die Venus trifft sich nämlich mit Chiron und Lilith und alle drei stehen vorteilhaft zur Schützesonne. Am 9. Februar haben wir dann den Vollmond im Löwen, der ebenfalls günstig zur Schützesonne steht. Alles Konstellationen, die euch inspirieren und anregen können. Am 16. Februar ändert sich die Energie spürbar, dann geht nämlich der Mars in Steinbock und aktiviert das Steinbock-Stellium, das bei euch im Geldhaus steht. Der Mars wird euren Fokus auf finanzielle Entwicklungen richten. In der zweiten Februarhälfte kann es beruflich durchaus positive und überraschende finanzielle Entwicklungen für euch geben. Vielleicht wird ein Etat bewilligt oder ihr findet Wege, euer Gehalt aufzubessern. Möglich auch, dass eine Finanzfrage aus der Vergangenheit nun noch mal auf den Tisch kommt und dann solltet ihr das in Angriff nehmen. Das Wertethema wird euch das ganze Jahr über beschäftigen und dabei geht es nicht nur ums Geld, sondern auch darum, was ihr braucht, um euch reich und wertvoll zu fühlen. Das können auch nicht materielle Sachen wie Anerkennung oder körperliches Wohlbefinden oder Freude bei sportlichen Aktivitäten sein. Der Mars regt das nun alles an, allerdings braucht ihr zunächst Geduld, denn am 17. wird der Merkur für drei Wochen rückläufig und dadurch können sich vertragliche und finanzielle Prozesse noch ein Weilchen hinziehen und man soll während der Zeit möglichst keine neuen Verträge abschließen und ihr solltet auch keinen Kredit aufnehmen. Falls ihr zum Beispiel eine finanzielle Zusage erhaltet, achtet darauf, das sofort schriftlich festzuhalten und gegebenenfalls per Mail zu bestätigen, damit nicht jemand nochmal einen Rückzieher machen kann. Finanzielle Angelegenheiten scheinen auch einen Zusammenhang mit der Familie zu haben. Die Sterne weisen auf irgendwelche in der Familie verborgenen Ressourcen und Gelder hin. Am 19. geht die Sonne in die Fische und am 23. Februar haben wir den Neumond in den Fischen. Beides fällt beim Schützekollektiv in den Bereich Familie, Wohnen und Herkunft. Eventuell gibt es ein Familiengeheimnis, das sich zu erforschen lohnt. Möglich auch, dass ein Familienmitglied Informationen zurückhält. Das müsst ihr gegebenenfalls geduldig und zugewandt klären. Da solltet ihr keinen Druck ausüben. Ihr könnt auf jeden Fall den Neumond am 23. nutzen, um über solche Sachen nachzudenken. Auch aus eurem eigenen Inneren können Gedanken und Impulse aufsteigen, die euch helfen, mögliche Rätsel zu lösen. Gegebenenfalls könnt ihr auch darüber meditieren, was euch ein Gefühl von Heimat gibt und wo ihr euch zugehörig fühlt oder über Umzugspläne nachdenken. Rechnet aber bis zum 10. März damit, dass noch neue Informationen dazukommen oder sich Pläne nochmal ändern. Bis zum Monatsende solltet ihr außerdem nicht zu viel Geld für persönliche Hobbys oder um jemanden zu beeindrucken ausgeben. Die Menschen mögen euch auch, ohne dass ihr ständig große Runden schmeißt. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Der Jupiter steht jetzt mitten im Steinbock und bringt ein Füllhorn neuer Möglichkeiten, beziehungsweise ihr seid erfolgreich mit dem, was ihr bereits angeschoben habt. Die erste Februarwoche ist besonders günstig für Gespräche und Networking und ihr könnt euch mit euren Fähigkeiten ins rechte Lichtrücken. Finanziell bietet vor allem die erste Monatshälfte gute Entwicklungschancen. Auch für euer Liebesleben scheint es gut zu laufen und falls ihr neue Leute kennenlernen wollt, sind der 6. und 7. Februar besondere Top-Tage dafür. Am 7. Februar wechselt die Venus in den Widder und trifft sich dort mit Chiron und Lilith und das Ganze in eurem vierten Sonnenhaus des Heims und der Familie. Wenn ihr diesen Aspekt empfangt, gibt es möglicherweise Familienangelegenheiten zu regeln. Vielleicht habt ihr ein sogenanntes schwarzes Schaf in der Familie oder jemand erkrankt. Auf jeden Fall könnte es sein, dass ihr euch um jemanden kümmern müsst und diese Person ist davon nicht unbedingt begeistert, weil sie sich dadurch womöglich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlt. Das ist etwas kompliziert, aber wenn ihr erkannt habt, dass Handlungsbedarf besteht, dann müsst ihr tun, was getan werden muss. Es kann sich aber zum Beispiel auch um eine Tochter handeln, die in der Pubertät ist und sich in Schwierigkeiten gebracht hat. Besonders die Dezember-Steinböcke haben im Februar und März mit diesem Aspekt zu tun. Wenn ihr fest liiert seid, bietet das Wochenende mit dem Vollmond am 9. Februar schöne Momente für eure Partnerschaft und dafür solltet ihr euch Zeit nehmen. Powerplanet Mars steht bis zur Monatsmitte im Schützen etwas versteckt für das Steinbock-Kollektiv. Falls ihr euch also schlapp fühlt oder mehr Schlaf braucht als sonst, kann es auch damit zu tun haben. Möglich auch, dass hinter eurem Rücken geredet wird oder Personen, die auf euch sauer sind, das nicht offen ansprechen. Der Mars im 12. Haus kann versteckte Feinde einzeigen, aber nicht mehr lange. Denn am 16. Februar geht der Powerplanet weiter in den Steinbock und versorgt euch dann für sechs Wochen mit extra Energie. Falls es etwas mit einem Widersacher zu klären gibt, seid ihr dann in der richtigen Stimmung, um den Kampf aufzunehmen. Aber die meisten Steinböcke werden diesen Mars nutzen, um mehr denn je zu arbeiten und neue Projekte anzuschieben. Denn Mars im Steinbock ist eine extrem produktive Kraft, mit der man eine Menge auf die Beine stellen kann. Leute, die an euch herumzumäkeln haben, werden euch dann vermutlich ganz von selbst aus dem Weg gehen, denn dann seid ihr kaum noch aufzuhalten. Auch in persönlichen Angelegenheiten ergreift ihr nun beherzt die Initiative, zum Beispiel auch in der Liebe, wenn es darum geht, jemanden kennenzulernen oder wiederzutreffen. Leider gibt es einen kosmischen Wermutstropfen. Am 17. wird nämlich der Merkur rückläufig und das bringt Verzögerungen, Planänderungen und Missverständnisse mit sich. Beim Steinbock-Kollektiv betrifft das ausgerechnet den Bereich Kommunikation und Marketing. Deshalb wundert euch nicht, wenn ihr in den kommenden drei Wochen vielleicht mit einer Werbeaktion oder Präsentation nicht den gewünschten Erfolg habt. Es kann sich herausstellen, dass wichtige Informationen fehlten oder das Beteiligte ihre Meinung nochmal ändern. Diese Phase dauert bis zum 10. März und ist auch für den Abschluss von Verträgen ungünstig. Aber eure Fantasie ist angeregt und ihr könnt gut für eure Ideen recherchieren und sie reifen lassen. Wenn ihr schreibend tätig seid, fallen euch wunderbare Dinge ein. Am 19. Februar geht die Sonne in die Fische und dort findet am 23. Februar auch der Neumond statt. Das ist eine besonders schöne Konstellation, um in Kontakt mit eurer inneren Stimme zu kommen. Der Neumond scheint außerdem eine Verbindung zu eurer Vergangenheit herzustellen. Frühere Aktivitäten oder Erfolge können jetzt nochmal wichtig für euch werden. Oder ihr trefft Leute, die sich an euch erinnern, weil sie schon mal gut mit euch zusammengearbeitet haben. Jedenfalls lohnt sich der Blick zurück. Und nicht zuletzt kann dieser Neumond auch den Beginn einer neuen Partnerschaft anzeigen. Vielleicht mit jemandem, den ihr schon kennt oder der in euch einen Seelenpartner sieht. Zu Spannungen kann es im letzten Monatsdrittel nochmal kommen, weil sich die Bedürfnisse von Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, mit euren eigenen Plänen durchkreuzen. Auch Probleme mit dem Vermieter oder, falls ihr selbst Vermieter seid, mit euren Mietern können sich ergeben. Bleibt geduldig und vertagt die Klärung möglichst bis Mitte März. Danach läuft die Kommunikation flüssiger und ihr könnt Ärger aufgrund von Missverständnissen vermeiden. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im Februar Geburtstag habt. Die Sterne stehen gut zum Feiern. Besonders das Wochenende mit dem Vollmond vom 9. Februar eignet sich wunderbar, um alle eure Freunde einzuladen. Der Monat startet schon mit einer aktiven und vitalen Energie für euch. Beruflich sind die Tendenzen günstig fürs Networking. Für eure finanziellen Pläne und Aktivitäten solltet ihr die ersten beiden Wochen nutzen. Da habt ihr ein gutes Händchen für entsprechende Gespräche. Viele von euch erleben ja, dass für sie Neuausrichtungen in Heim und Familie anstehen und das zeigt der Einfluss von Uranus. Und ihr könnt bis Mitte Februar schöne Einrichtungsgegenstände finden und habt auch für Deko und die richtigen Farben für euer Heim ein gutes Stilempfinden und viel Fantasie. Am 7. Februar wechselt die Venus in den Widder und bildet dann für drei Wochen günstige Aspekte. Wenn ihr in der PR-Branche arbeitet oder selber schreibt, als Blogger, Journalisten oder Buchautor, dürfte das ein sehr kreativer Monat für euch werden. Die Geburtstagskinder der ersten Dekade empfangen außerdem einen Einfluss von Lilith und Chiron. Der wird besonders die Evolutionsagenten unter euch anspornen, also diejenigen, die in sozialen Berufen arbeiten oder sich beispielsweise für die Umwelt engagieren. Ihr könnt tolle Leute treffen, die eure Interessen teilen und mit denen ihr gemeinsam etwas auf die Beine stellen könnt. Am 16. Februar wechselt der Mars in den Steinbock und aktiviert das Steinbock-Stellium und das steht ja beim Wassermann-Kollektiv im versteckten 12. Haus. Das kann sich für einige von euch so anfühlen, als ob ihr vorübergehend weniger Power hättet und euer Immunsystem könnte schwächeln. Außerdem müsst ihr beachten, dass in den kommenden sechs Wochen eventuelle Gegenspieler mehr hinter eurem Rücken gegen euch arbeiten, als Probleme offen anzusprechen. Das gilt wie gesagt für das Wassermann-Kollektiv, aber es kommt dann natürlich auch sehr darauf an, wie der Mars in eurem individuellen Geburtsroskop zu stehen kommt. Am 17. Februar wird der Merkur rückläufig und am 19. Februar verlässt die Sonne euer Zeichen und geht in die Fische. Am 23. Februar haben wir dann den Neumond in den Fischen und das alles spielt sich bei euch im Sonnenhaus des Geldes und des Selbstwerts ab. Der rückläufige Merkur ist ein Indiz dafür, dass ihr bis zum 10. März zurückhalten mit finanziellen Plänen und Vorhaben sein solltet und schließt in der Zeit möglichst keine neuen Verträge ab. Andererseits haben wir den Neumond, das heißt, dass ihr schon über neue Pläne und Möglichkeiten nachdenkt. Der Neumond kann euch dabei wirklich tolle Inspirationen schenken, auch in Bezug darauf, was ihr für euer Selbstwertgefühl tun könnt. Besonders diejenigen von euch, die spirituell oder in sozialen und helfenden Berufen arbeiten, haben ja oft das Problem, dass sie eigentlich zu wenig Geld mit ihrer wichtigen Arbeit verdienen. Dieser Neumond ist geeignet, dass ihr darüber nachdenkt, wie ihr vielleicht auf anderen Wegen zu Anerkennung oder geldwerten Vorteilen kommen könnt. Aber wie gesagt, umsetzen und diese Ideen kommunizieren, damit wartet ihr am besten bis Mitte März. Im letzten Monatsdrittel habt ihr harmonische Einflüsse. Ihr kommt gut mit den Menschen aus eurem Umfeld zurecht, zum Beispiel mit den Nachbarn. Und wenn ihr Geschwister habt, meldet euch doch mal bei denen. Wenn ihr im Januar Geburtstag habt, steht ihr ja unter dem Einfluss von Uranus und seid dabei, wichtiges in eurem Leben zu verändern. Diese Energie wird noch bis Ende März zusätzlich angeregt von Lilith und Chiron. Das weist auf Leute hin, die euch durch ihre Ideen inspirieren und auch herausfordern und mit denen ihr erwägt, gemeinsame Pläne zu machen oder neue Projekte anzuschieben. Solche Menschen gehen allerdings oft ungewöhnliche Wege. Das gefällt euch, aber es ist nicht immer einfach. Deshalb müsst ihr schon schauen im Sinne des Neumonds mit dem Selbstwertthema, das für euch bei solchen Projekten auch dementsprechend Anerkennung bzw. eine vernünftige Bezahlung herausspringt. Hallo, ihr romantischen Fische und Fische-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Februar Geburtstag habt. Die erste Februarwoche ist besonders inspirierend für euch, sowohl in der Liebe als auch für berufliche Ideen. Wenn sich tolle neue Chancen für euch ergeben, bleibt direkt dran und schaut, dass ihr bis Mitte Februar schon erste wichtige Gespräche führen könnt. Bis zum siebten verwöhnt euch noch Liebesgöttin Venus in eurem eigenen Zeichen und ihr könnt euren geballten Charme in eure Verhandlungen einfließen lassen. Danach zieht die Venus weiter in den Widder und das ist beim Fische-Kollektiv das Geldhaus. Das ist grundsätzlich günstig. Schaut, dass ihr eventuelle Transaktionen bis zur Monatsmitte unter Dach und Fach bringt. Danach wird der Merkur rückläufig. Das Wochenende mit dem Vollmond vom 9. Februar ist besonders schön für diejenigen von euch, die gerne mit den Mondenergien arbeiten, denn er fällt bei euch auf die heile Achse und begünstigt Zeremonien und Rituale. Der Mars steht in der ersten Monatshälfte noch im Schützen und zeigt an, dass ihr beruflich anspruchsvolle Aufgaben zu erledigen habt und auch recht ehrgeizig seid. Zum Valentinstag am 14. Februar habt ihr romantische Konstellationen und wenn es jemanden gibt, der sich für euch interessiert, wird diese Person sich sicherlich etwas Schönes für euch einfallen lassen oder ihr habt selbst Lust, euren Schatz mit einer ausgefallenen Aufmerksamkeit zu überraschen. Am 16. Februar ändert sich die Energie spürbar, denn dann wechselt der Mars aus dem Schützen in den Steinbock und bildet für sechs Wochen günstige Aspekte zur Fischersonne. Bei euch fällt das in den Bereich eures beruflichen und privaten Netzwerks und Freundeskreises und dort befindet sich auch das Steinbock-Stellium. Mit Mars kommt da jetzt Energie rein und das kann zum Beispiel Freunde oder Geschäftskontakte anzeigen, die mit euch neue Projekte auf die Beine stellen wollen und euch dabei möglicherweise auch etwas ungeduldig vorkommen. Wenn es was Vielversprechendes ist, lasst euch ruhig darauf ein, die Steinbock-Energie ist ja meistens zuverlässig und da kommt auch was Gescheites bei rum. Allerdings müsst ihr beachten, dass der Merkur gleich darauf am 17. rückläufig wird und zwar bei euch in den Fischen. Hier, es ist also durchaus möglich, dass mehrere Angebote und Anfragen gleichzeitig hereinkommen und ihr etwas überwältigt seid und dann werdet ihr konfus. Teilweise seid ihr das ja schon gewöhnt, weil der Neptun schon seit geraumer Zeit in eurem Zeichen steht, was eure Fantasie und Ausstrahlung begünstigt, aber es macht euch halt auch verpeilt. Das gilt besonders für die Geborenen der zweiten Dekade, aber auch die übrigen Fische spüren diesen Einfluss. Und mit dem rückläufigen Merkur verstärkt sich halt die Tendenz zu Missverständnissen, dass man aneinander vorbeiredet oder dass Abmachungen unvollständig sind, weil Informationen fehlen und dergleichen. Deswegen schreibt alles genau auf und tragt alle Termine sofort in eurem Kalender ein, um dem vorzubeugen. Ganz wichtige Verträge solltet ihr möglichst erst nach dem 10. März unterschreiben, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Davon abgesehen meinen es die Sterne aber gut mit euch. Am 19. Februar um genau 5.57 Uhr in der Früh geht die Sonne dieses Jahr in euer Zeichenfische und stärkt dann für vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Und am Sonntag, den 23. ist dann um 16.31 Uhr der Neumond in den Fischen, für euch der wichtigste Neumond im ganzen Jahr. Nehmt euch an dem Wochenende Zeit, um über eure Pläne und Vorhaben im neuen Lebensjahr nachzudenken. Weil der Merkur rückläufig ist, ist die gedankliche Energie eher nach innen gerichtet. Achtet also auf die Impulse, die aus eurem Inneren kommen. Dabei empfangt ihr prickelnde Inspirationen von Uranus für die Zukunft, gleichzeitig aber auch Erkenntnisse, die mit eurer Vergangenheit zu tun haben. Wundert euch nicht, wenn ihr in den kommenden zwölf Monaten Leute wieder trefft, mit denen ihr schon früher gut zusammengearbeitet habt und die nun mit neuen Projekten wieder auf euch zukommen. Bevor ihr jedoch neue Pläne konkret umsetzt, wartet noch die Rückläufigkeit Merkurs ab, denn dann kommen noch wichtige Informationen hinzu. Der Monat klingt harmonisch aus, nur das Thema Freundschaft und Geld scheint schwierig zu sein. Die Sterne empfehlen dahingehend größte Vorsicht und Zurückhaltung. Ab Mitte März lässt sich das gut klären. Und jetzt gibt es noch Infos zu meinem Service und meinen Veranstaltungen für euch. Die Königsklasse meiner Produkte sind natürlich die persönlichen Beratungen bei mir. Wenn ihr mit mir über ein wichtiges Anliegen sprechen wollt, dann könnt ihr eine Horoskopsitzung über meine Homepage buchen. Bitte beachtet dabei, dass es zurzeit drei bis vier Wochen dauern kann, ehe ihr einen Termin bekommt. Alternativ könnt ihr auch eine Jahresvorschau oder ein Partnerhoroskop als PDF bei mir bestellen. Das sind dann computerbasierte Horoskope mit Texten, die ich geschrieben habe und die werden dann für euch auf der Basis eures Geburtsdatums und der aktuellen Transite zusammengestellt. Mein gesamtes Horoskop-Angebot findet ihr auf der Beratungsseite meiner Homepage und ihr könnt auch meine Assistentin anrufen und die Infos, wie ihr uns erreicht, findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist am 23. Januar um 21 Uhr und wir machen weiter mit unserer beliebten Reihe Wer passt zu wem, diesmal zum Steinbock. Und am 10. Februar gibt es dann wieder einen Livestream mit Wer passt zu wem und dann zum Wassermann. Und in jeder Sendung verlose ich auch wieder eine Live-Beratung. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch bitte vorher über meine Homepage an und den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Und aus Anlass von Liliths Zeichenwechsel in den Widder könnt ihr diesmal mein Buch Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau mit persönlicher Widmung gewinnen. Und darin findet ihr einen ausführlichen Teil mit der Bedeutung der Lilith in den einzelnen Tierkreiszeichen, zum Beispiel eben auch Lilith im Widder und noch vieles, vieles mehr über die wilde Göttin und ihre Bedeutung für unser Leben. Und wer gewonnen hat, das erfahrt ihr dann in meinen Sternzeichenhoroskopen für den März. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar. Auch Vorschläge und Anregungen sind willkommen. Und ganz wichtig, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann verbreitet doch bitte meine Videos in euren Social Media weiter. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Zum Schluss möchte ich euch das aktuelle Mondzyklus-Video Die Macht der Gedanken empfehlen und auch meine Specials zur Zeitqualität Zeichen der Zeitenwende. Und hier, sobald es online ist, das Video über Lilith im Widder. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.